mein gott ich sie zu aufgetankt also Also Echo, wenn du den Treibstoff siehst, dann kann ich ja auch... Alter! So, jetzt ist mal die Mauslenkung ausstehen! Da ist... Da ist... Da ist... Da ist... Da ist ein... 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 Oh... WTF, ey... Ist das gut? Erstmal noch Rundum-Sicherungen, also in die Stellung rein. Wir haben gleich noch ein anderes Ziel, was wir gleich auskundschaften müssen. Aber wo fahren wir den Vordermann bringen? So, warte mal. Wiesen, da sind schon zwei drin. Oh. Oben sind schon ein Faden dazu. Ja, leider. Da ist noch ein Faden. Ja, ich sage... Warte mal, ich bin in den Schilder. Du bist da noch ein Faden. Ich bin in den Schilder. Ja, egal. Mach ich einmal die Schilder. Mach ich einmal die Schilder. So. Kein Pater. Wie. Ach Decken. Auf der Böde. Schön. ich habe keine ahnung ist alles ich bin voll voll kein zweck essen pfff pfff verloh an wer lacht da wie sie sich in der Tat ne dann hätte ich es nicht sagen können warum lachst du nicht in der Tat warum ist Mother eigentlich schon wieder so angry warum lachst du eigentlich so wie ein Bilder da also bitte wenn sowas raushaut so ist der kleine nimm ihn mal in die Brust Benni morgen morgen wer von euch der hier meine Mg-Monitor mit trägt ja die kannst du eh nicht schießen oh ja neue Munition hier ist voll war better better hatte doch die oder nicht aber da hat er noch nicht geht doch mal suchen ob noch da ja vorhin war irgendwie haben die mir bei der Waffenausgabe irgendwie ne Software oder so gegeben die hat nie geschossen wow hab alles probiert er hat die Kugeln einfach nicht genommen ok der Akku war alle ich weiß nicht der Akku das wird es sein so wie es hier mit dem Sprit über den Autos ist ne bei den Waffen auch einfach nicht der Akku gewechselt der er abl der da er Was gibt es da nach unten zu lachen? Ich finde das auch nicht so lustig. Warum ist hier eigentlich so ein scheiß Netz? Wo ist da ein Netz? Ich krieg hier kein Netz rein. Ich Clash auf Clans spielen, mein Dorf wurde angegriffen. Okay. 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 Okay? Okay. 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 Mhm. was los ja wo war's rennst du so rum ja ich gucke wie man wir sind laufen wir sind bei einer vertreten von langer liege wie soll ich an sein echt wahr what's wrong ok Vielen Dank. Hey, Jim Butter, wollen wir das 21-Spiel spielen? Was ist das denn? Na ja, du nennst halt... Na ja, der 21 sagt, der hat verloren, ne? Und du, man zählt halt mal so abwechselnd, und dann kannst du halt drei Zahlen sagen, oder zwei, oder eine, und wer hat 21 sagt, der hat verloren. Warum sollte man dann 21 sagen? Das ist das Spiel. Hä? Also zum Beispiel, ich sag 1, 2, du sagst dann 3, 4, 5, und so weiter. Und wer dann 21 sagen muss, hat verloren. Aha. Ja, kannst du machen. Das klingt sehr interessant. Also... Da wäre ich auch noch drauf gekommen. Aber will das jetzt spielen oder nicht? Spiel es doch mit dir selber. Okay. Aber das muss ich nicht 21 sagen. Ich bin scheiß. Ciao. Wie, Ben? Ja. Ja. Wollen wir das 22-Spiel spielen? Wie geht das denn? Zum Beispiel, du sagst 1, 2, 3, und ich sag 1, 2. Okay, dann nochmal am Hauptplatz sammeln. Ja, genau. Ah ja. Genau so geht das. Gut zu wissen. Merkt ihr das? Oh, fast. Äh, hab ich schon vergessen. So traurig. Ja? Was? Fussbarbrötchen. Ja, hab ich noch gar nicht gesehen. Machst du nur die ganze Zeit. Sag ich dir nicht. Fussbarbrötchen. Aufmerkast. Das ist mein Döner. Oh. Döner. Schlucki, Echo, Riven, Rapsen, 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 Rapsen. Ja, können diese haben wir hier rechts aufsitzen, jetzt Ist Bender nicht mehr da? Doch, der sitzt hinten, längst hinter den Barrikaden Ist Fahrer? Bender, schon Armon, Jäger, Schiabatta und jack nimmt ihn am wieder dahinter im lkw steht muss man mit dem lkw wegfahren findest du die türen nicht verständlich aufgesetzt so schön und schon doch alle mal den bravotrupp die nur noch nicht im bravotrupp sind habe ich denn bei mir wie bitte der krebsen bei uns im trupp man hört dich nicht nicht ich